Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Aufwahlung von TeleBlocher. Es war eine bewegte Woche. Wir hatten die Wahlen in einzelnen Kantone, natürlich auch noch die RASA-Initiative. Das sind die Themen, die uns diese Woche beschäftigen. Aber zuerst noch eine andere Frage, Herr Blocher. Die letzte Sendung hat wahnsinnig Schlagzeilen gegeben. Haben Sie vielleicht ein bisschen mitbekommen? Blick, Schweizer Fernsehen, NZZ am Sonntag. Überall wurde diese Sendung zitiert, die wir diskutiert haben über das Konzert hier in Dogenburg. Ja, und an den meisten Orten falsch. Falsch zitiert, oder? Meinen Sie bewusst, oder? Ja, natürlich. Das habe ich schon gedacht. Am ehrlichsten war es dort, wo es gerade eingeblendet wurde. Also beim Blick online hat mir jemand gezeigt. Das andere habe ich nicht im Detail analysiert, aber die haben einfach gezeigt, was ich gesagt habe. Und dann ist sie in der Ordnung. Und es ist ja so, dass wenn sie für die Rechtsstaatstellung nehmen... Ich muss vielleicht noch ein Zitat sagen, oder? Überall ist dann gesagt worden, NZZ am Sonntag, und dann auch in Jacobo Müller. Sie haben eben gesagt, die Rechtsradikalen seien anständige Leute. Ja. So einen Stumpfsinn habe ich doch nicht gesagt. Und die, 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 die glatt zu Köpfen. Ich meine, ob das anständig oder unanständig sind, das ist nicht mein Problem. Aber die haben eine himmeltraurige Gesinnung, da geht es nicht ins Nichts willen. Aber die Frage ist, ob man eine Veranstaltung dürfe, in der ordnungsgemäss, ohne Krawall, ohne dass etwas Strafbares gemacht wird, ob man das dürfe verbieten oder nicht. Weil die Redefreiheit muss natürlich auch gewährleistet werden, wenn die Leute etwas sagen, was einem nicht passen. Und da habe ich das in der Dogenburg schildert, weil man sich da ausschaukelt. Und am Schluss hat man das Gefühl, es sei ein verdammt an der Auge gewesen. Und da bin ich einfach für die Ehrlichkeit und sage, hör mal, wenn ein keiner an der Auge war, kann man nicht sagen, es sei ein an der Auge gewesen. Und dann schaukelt man sich auf, dann muss die Polizeidirechte vom Kanton St. Gallen, einen SP, sagen, ja, wenn man es gewusst hätte, hätten wir es Dogenburg abgeriegelt. Einfach unglaublich. Und wenn man etwas Strafbares gemacht hat, dann muss man es halt strafen. Dann muss man es halt strafen. Und das wird sofort gesagt, jetzt geht der nicht in die Euphorie. Wir lassen die Linken auch ihre Botschaften verkünden. Und auch die Kommunisten können das machen. Bei allen Graueltaten, die die auf der Welt gemacht haben, wo ja nationalsozialistische Graueltaten ebenbürtig sind. Die haben ja genau die gleiche, traurige Seite. Und da in Zürich können sie ein Haus besetzen, macht man auch Verträge mit ihnen. Das ist dann Bedenken, das ist gegen den Rechtsstaat. Die tun ja das Eigentum, die tun ja die verletzen. Und da bin ich halt der Meinung, bei der Meinungsäußerungsfreiheit muss man aufpassen. Und dafür setze ich mich auch ein. Aber Sie haben es erwartet, hat sie vorhin gesagt, dass es so einen Wirbel gibt. Ja, das habe ich erwartet. Wenn du nicht mitmachst, kommt der Müller-Chakobo, der kann den Fals zitieren. Ist ja klar. Gut, jetzt ist das ja ein Apparatist, der Satire, den kann er machen, wann er will. Und Giacobo Müller heisst er. Giacobo, hat er, was habe ich gesagt? Müller-Chakobo, Giacobo Müller. Ja, das ist ja gleich. Sie sind eh geladen. Sie sind eh geladen. Ja, ja, Sie sind eh geladen. Wohl, wohl, ganz früher bin ich eingetragen, der Kaufleute. Ich habe die Zürich Zeit geschrieben. Ich wusste nicht, wo die zwei Komiker sind. Aber ich wehre mich, wenn man so für die Massenhysterie etwas geht. Und wenn es grundsätzlich nicht stimmt, muss man eigentlich den Hebel hier tun. Wer sagt nicht bei den nächsten Veranstaltungen? So eine Tendenz hat es auch schon gegeben. Also, der SZP darf dann da nicht reden. Oder? Dann sagt man, man sind Freunde, finde ich, auch wenn sie gar nicht sind. Aufpassen bei der Meinungsäusserungsfreiheit. Die direkte Demokratie, die man natürlich auch im Berner immer mehr abschaffen will, die setzt das eben voraus. Also, das ist ein Thema gewesen. Das zweite waren Wahlen in den Kantonen Aargau und Basel-Land. Das erste Mal Aargau, das sagt man immer, das ist der Schweizer Durchschnittskanton. Also, wie der Aargau ist, ist die ganze Schweiz. Und dort haben die Linke plötzlich wieder einen Aufschub. Ja, ja. Aus einem absoluten Tiefpunkt heraus. Man muss die Wahlen nie auf vier Jahre anschauen. Sie müssen uns auf längere Zeit anschauen. Und die haben im Kanton Aargau jetzt nicht einmal 20 Prozent. Es waren, glaube ich, 15 Prozent. Und jetzt 18 Prozent. Das haben schon vorwärts gemacht. Das ist ja klar. Und das ist vielleicht auch eine Reaktion. Weil es gibt ja immer Reaktionen. Wenn die einen Partei ein Stück im Vormarsch sind, dann kommen die anderen Seiten wieder zum Zug. Das müssen die Bürger immer ein bisschen korrigieren. Und die Schweizerische Volkspartei im Kanton Aargau, der ist über 32 Prozent. Oder nein, aber über 30 Prozent. Also jede dritte Aargauer Welt SVP. Ja, praktisch SVP. Wenn das die Schweizerische Durchschnitt wäre, wäre das gut. Wir sind also eidgenössig nicht so stark. Aber sie haben sich gehalten auf dem hohen Niveau. Jetzt ist die Frage, solltet ihr die nicht noch zulegen? Da habe ich immer gesagt, also wesentlich über 30 Prozent können wir nicht kommen. Warum? Weil wenn sie weit über 30 Prozent kommen, müssen sie das Profil öffnen. Sie müssen aufmachen. Dann haben sie kein Profil mehr. Sie haben dann zwar viele Wähler, aber sie kommen dann plötzlich in eine Situation rein, in der sie keine Stellung mehr nehmen können, weil sie den einen und den anderen müssen das Recht machen. Und der Kompromiss muss zwischen den Parteien passieren und nicht in den Parteien rein. Sonst haben sie gar keine Stellung mehr. Und das habe ich erlebt in der Zeit, in den 70er Jahren, wo die Bürgerlichen in der Krise gewesen sind und die Linken, Grünen hier im Vormass gewesen sind. Und dann haben die Parteien aufgetaucht. Die Freisinnigen und die CVP haben sich nach links geöffnet. Und am Anfang schenken ich das noch ein, weil die traditionellen Wähler wählen die Parteien noch. Und jetzt kommen die Neuen dazu, weil man ein wenig nach links auftut, kommen auch ein wenig Linken dazu. Und dann haben sie auf einmal zwei Flügel. Und dann haben die verloren, den traditionellen Flügel. Viele Freisinnige, die also sehr bürgerlich gewesen waren, haben plötzlich angefangen, einen SVP wählen. Auch die CVP, ja, ganz in der Schweiz, oder? Wir waren nicht einmal zu Hause, die vorhanden. Sie sind plötzlich zu uns gekommen, Ausschlaggebend ist natürlich die Frage von der unabhängigen Schweiz gewesen, dort bei der Europadiskussion. Und am Schluss haben die Parteien gar nichts mehr, weil sie werden dann eben zu Wischiwaschi. Sie müssen dann den linken, rechten und der rechten Partei und sie haben kein Profil mehr. Und das, wie ich der Meinung, sollte unsere Partei nicht machen. Wir hatten in den 70 Jahren die gleichen Diskussion, wir hatten auch Leute, die sagten, jetzt tun wir auf nach links, dann haben wir noch mehr Wähler. Und ich habe gesagt, hören Sie, die Position, müssen wir die Richtung vertreten, die ist liberal, konservativ, auf dieser Linie bleiben wir. Und das hat auch dann gefruchtet, also die Partei ist total stark geworden und hat das Profil. Ich habe da noch nicht gewusst, in den 70er, 80er Jahren, aber dass das so aktuell wird, dass die Leute plötzlich, auch die Bürgerlichen da zwei, plötzlich in die EU wollen, die haben ja beschlossen, wir gehen in die Europäische Union, das ist ja verrückt, oder? Und dann sind wir plötzlich alleine gewesen. Ja, das ist ja interessant, die CVP, die putzt völlig weg, oder? Ja, die geht weiter auf dem Abstand, das ist jetzt eine Folge von dem. Und jetzt hat man gesagt, ja, der Pfister sind neue Kurse, die er hat, die eher konservativ ist, das hat nicht eingeschenkt. Der kann doch nicht einschenken, also eine Partei zu profilieren, das ist eine Sache von Jahren, also das kann ich sagen, von der SVP, die haben wir ja neu positioniert, die haben wir ja neu positioniert, die haben wir ja angefangen, das ist ja auch im Tal der Zähne, ja, 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 ja. Ja, da gibt dann schwere interne Diskussionen, wo man muss durchstehen, richtig zu sehen, da gibt es auch Leute, die dann austreten, weil sie von der anderen Seite nicht einverstanden sind, das müssen sie alles auf sich nehmen. Wir haben, ich habe angefangen im 1977, dann hat es im 1979 im Kanton Zürich eingeschenkt, oder? Haben wir ein Mandat gewonnen, eben wie bei mir, oder? Ich bin ja in den Nationalrat gekommen. Ah, ihr Mandat haben sie gewonnen, oder? Ja, einfach einen zusätzlichen Sitz, wir hatten da vier Sitz gehabt, und dann haben wir am 5. gemacht, heute haben wir ja zwölf, also einfach zu sagen, aber wir hatten auch im 1983 wieder einen Rückschlag gehabt, im 1987 ist es wieder ein bisschen besser gewesen, das geht lang, bis man eine Partei profiliert hat. Und ich glaube auch, dass der Pfister natürlich recht hat, da in seinen Innerschweizer und Ostschweizer Kantonen, die sie so verloren haben, aber auch im Wallis und den starken Kantonen, die sie sind, das sind ursprünglich katholisch-konservative, und nicht S-Fehler und nicht Linke. Und ob er das herbringt, das ist die Frage, es kann natürlich nicht nur einen Präsidenten legen, etwas verkünden, da muss er in den Parteien kämpfen, und ich sage noch mal, kämpfen, das müssen Konflikte ausgedreht werden. Und das geht lang. Ob er das herbringt, weiss ich nicht, das muss er wissen, ich habe nicht noch die CVP einen Ratschlag gegeben, wie sie es machen müssen. Aber wenn er es gehört hat, hat er schon viel gelernt, oder? Mir? Jetzt hat er schon viel gelernt aus diesen Passätzen. Ich würde ja, wenn es der SPG gibt, es keinen Ratschlag, was wir machen müssen, aber die CVP wäre ja noch wichtig, dass wir auch in unserer Sache Mehrheit einander bringen. Aber es hat sich gezeigt, bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsartikel, im Rat, hat er am Schluss mit der Linken gestimmt. Obwohl er verkündet hat, man muss mit uns zusammengehen, weil man so einen konsequent umsetzen will, das ist der Volkswillen. Und dann habe ich gesagt, warum habt ihr das gemacht? Dann hat es gesagt, wir wären ja doch nicht durchgekommen. Kann ja sein. Aber dann muss man ja nicht, kannst du doch nicht auf das SGBP für die falsche Mehrheit, weil ich mit der Veränderheit, die richtig stimmt, nicht durchgekommen. Das macht doch keinen Sinn. Wir haben noch einen Kanton, das ist der Kanton Basel, der bleibt links, also trotz ihrer Zeitung, oder? Ja, ja gut, also die Zeitung haben wir nie, die Basler Zeitung, würde man sagen, ja, die Basler Zeitung. Also ich habe mich nie dort beteiligt, um dort eine Zeitung zu machen, zu den politischen Verhältnissen, sondern Vertragsvielfalt, Meinungsvielfalt. Basler ist übrigens eine von den wenigen Regionen, die verschiedene Zeitung hat, mit verschiedener Meinung, nicht jetzt eine Linke, sondern ein Online-Gefäß gegeben. Das ist eigentlich ihr verdient, wenn man es ja nicht hat. Ja, natürlich. Das hat der Sinn. Und das ist ja gut für die Basler Zeitung, die muss unter Druck sein von der Konkurrenz, hier die Einheitsbreite, weil wegen dem muss man ja nicht eine Zeitung haben. Und dann, der Mann versucht auch, in Basler zu kommen, mit seiner Basler-Landschef, der Zeitung, macht er eine Sondernummer und nimmt jetzt gleich, ob die bedeutend sind oder nicht. Sie sind verschiedene Meinungen, die hier rauskommen. Und die Basler Zeitung, also redaktionell, nimmt keinerlei Einfluss auf die Basler Zeitung. Ich habe noch nie irgendwie etwas Einfluss genommen, die Rechte. Da ist der Herr Somm verantwortlich, ist ein hervorragender Chefredachter, machen auch eine sehr gute Zeitung. Sie ist auch wieder aus den roten Zahlen draussen, das ist auch wichtig. Und, ähm, die, 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 weil da die Zeitung geschrieben haben, ich hätte da verloren, ich hätte in Basel statt Verhältnis zu ändern. Erstens liegt mir Basel nicht so nah, dass ich dort auch noch für die politischen Verhältnisse schaue. und zweitens, das sieht man also sofort, Basel ist eine links-grüne Stadt. Aber da nützt nicht einmal eine Zeitung. Nützt nicht einmal eine Zeitung? Nein, Sie müssen eine Zeitung machen, um, 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 um die politischen Verhältnisse zu ändern. Aber, wichtig ist, dass die anderen Seiten auch dargestellt wird. Und das ist in Basel. Ich lese ja die Zeitung. Und, die Zeitung hat dann viel geholfen in Basel. Die hat dann viele Mischstände aufgedeckt. Ich meine, wenn Sie sehen, da die sechs Sachen hier im, in den Verkehrsbetriebe und da die, die Beamten, die sich Privileg rausholen, dann, da bin ich jetzt allerdings betroffen, wenn ich in Basel bin, auch die Verkehrseinschränkungen, die es da gibt und so, dann musste sie aufgedecken. Da geht es aufs Aufgedecken. Ja, sogar der Bürgerliche Regierungsrat hat ein Problem mitzubekommen. Ja, was da kommt, sie hat unabhängig, ob einer bürgerlich ist oder ob er SP ist, schätze ich, welches Departement das ist, oder? Und Basel ist ja eine interessante Stadt, weil die hat ja die Grosse Chemie und sie müssen mal schauen, die Linken in Basel, also die Chemie, sie können schon gegen die Wirtschaft los, aber nicht gegen die Chemie, weil sie das wissen natürlich auch, ja klar, wo das Geld herkommt, ja klar, wo das Geld herkommt, oder? Aber die haben ja sehr eine progressive Linke, aber die Regierungsrat, also wenn ich an die Finanzdirektorin denke, die tanzen nicht nach der SP-Pfiffe. Also sehr pragmatisch dann, ja, die ist auch tüchtige Finanzministerin, die jetzt nichts wollen, oder? Und das ist eine SP-Frammutter? Frau Herzog, ja, nein, da merkt man sofort, aber die weiss natürlich auch, wenn sie die Kasse in der Ordnung kann sie nicht nur das Geld verteilen, muss auch schauen, dass sie nicht mehr eingeht und das kommt natürlich nicht von den Linken. Also, das erste Mal, wo sie richtig einen Linken erloben, oder? Nein, 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 kennen sie mich schlecht, nein, nein, ich habe immer, die Linke, die die Arbeit dreht, und in den Regierungen gibt es ja das, aber auf vielen Orten. Ich habe auch früher an den Ritschag gelobt. Und der Stich? Er war in den Linken, den Otto Stich, in der Ausgabenpolitik, kann ich glauben, er war auch der einzige Bundesrat, der sowohl gegen den EU beitritt, wie gegen den EU, wer es war. Da war er dann also sehr standhaft. Man hat es nur nicht nachher getragen, weil das für die Linken ein bisschen zu feindlich war, oder? Aber er war auf meiner Seite, auch bei den Kaisershausen. Ich habe da keine Mühe, mit der Ideologie, die die Linken vertreten. Die ist, wenn sie in einem Staat Oberhand nimmt, führt das in die Verschuldung, in die Armut, in schlechte wirtschaftliche Situationen. Und die bekämpfe ich natürlich. Das ist klar. Jetzt kommen wir noch zu einem Thema, diese Woche noch, die berühmte RASA-Initiative, wenn man es kurz erklären kann, da ist nach der Masseneinwanderungsinitiative, glaube ich, es waren nicht Politiker, die das gemacht haben, eine Initiative durchdruckt RASA, das heisst, raus aus der Sackgasse, wo eigentlich die Masseninitiative, also den Entscheid, wieder sollte ich aufheben, oder? Und da hat der Bundesrat diese Woche debattiert und er sagte, ich will dann im April nächstes Jahr einen Gegenvorschlag machen. Ja, zum Beispiel den Leuten zu sagen, worum das geht. Wir haben sie 2007, wo wir mit der Europäischen Union einen Vertrag gemacht haben, dass jeder Europäer kann in die Schweiz kommen, auch wenn er keine Stelle hat, auch mit der Familie, kann er drei Monate kommen, gehen und eine Stelle suchen und wenn er noch keine hat, kann er nochmal drei Monate bleiben und die müssen auf dem Schweizerischen Arbeitsmarkt genau gleich gestellt werden wie die Schweizer, in der Sozialleistung, im Familiennachzug und so weiter und so fort. Und das hat man gesehen, dass das nicht funktionieren kann. Aber der Bundesrat hat gesagt, wörtlich, mehr als 8.000 bis 10.000 werden nicht kommen mit der Personenfreizügigkeit pro Jahr. Also, das sind Netto-Beträge, also die, die kommen und wieder gehen, was bleibt, was in der Schweiz noch bleibt. Also, dann sagt man, die Zuwanderung, die Zuwanderung wird nicht mehr als 8.000 bis 10.000 sein. Und dann hat die Schweizer zugestimmt, die gesagt, ja, wegen 8.000 bis 10.000. Und die haben gesagt, das gibt grosse wirtschaftliche Vorteile mit der EU und so weiter. Und jetzt sind von 2007 bis 2015, in diesen 8. Jahren, durchschnittlich 1.8.000 und da haben wir sogar die Zeit von der Finanzkrise, die da rein, wo das Wirtschaftswachstum negativ war und so weiter, 1.8.000. Das ist in dieser Zeit so viele Leute gekommen wie der Kanton Watt. Also, alle 10 Jahre pflanzen wir einen Kanton in der Grösse von Kanton Watt in der Schweiz und das sind unhaltbare Verhältnisse. Und das hat die Schweizerwulche gemerkt und darum haben sie anfangs 2014 der Masseneinwanderungsinitiative, die die SVP gemacht hat, zugestimmt. Gegen alle Erwartungen und es sind noch relativ viele an Turnen, fast 56 Prozent, das ist für die Schweiz relativ viel. Und 12 Kantone und 5 Halbkantone, es braucht ja auch ein Kantonsmeer, weil sie ja in der Verwaltung ist, haben auch zugestimmt. Und in dieser Initiative steht, man müsse mit der EU verhandeln, weil dort in diesem Vertrag heisst, wer ein Problem ist, verhandeln. Und wenn er ein grosses Problem hat, muss man das anpassen. Und die EU hat einfach nicht verhandelt, aber Bern hat auch nicht recht verhandelt. Sie haben überhaupt keine Position angeteilt und gesagt, das machen wir jetzt, wie sie es eben nicht erfüllen. Sie sind auch beleidigt, weil das Schweizer Volk hat etwas bestimmt, wo sie nicht dafür gewesen sind. Sie sind auch so weit weg von der Basis, dass sie der Meinung, sie sind die Initiative wird nie angenommen. Man hat mich gut erinnern, ein Führender von der Ekonominis hat mir gesagt, wenn eine Initiative nicht angenommen wird, dann die. Und der Schneider-Ammann ist vier Wochen vorhanden, auf Berlin von der Abstimmung und hat gesagt, da könnt ihr ganz sicher sein. Diese Initiative wird nicht angenommen, weil der Bundesrat mit Recht gesagt hat, das ist ein Widerspruch zu dieser Freizügigkeit. Sie schafft Freizügigkeit ab und wenn wir mit der EU keine Lösung haben, muss man sie ründen. Das steht in der Botschaft, das Parlament und die Schweizer haben dem zugestimmt und Kantone auch. Und jetzt steht hier drin, in drei Jahren muss es gemacht sein und wenn es in drei Jahren nicht gemacht hat, dann muss der Bundesrat eine Verordnung machen, um die Ruhre zu setzen. Weil das muss ja mal endlich gemacht werden, in drei Jahren ist die Masseeinwanderung immer weitergegangen und jetzt kommt der Gipfel. So war es noch nie in der Eidgenossenschaft, dass man ein Gesetz umsetzt, das genau das Gegenteil macht von dem, was das Volk geflossen hat. Das ist eben die Masseeinwanderungsleiter- Version, oder? Ja, also sie sagen, dem Inländervorrang lebt, um die Leute den Kopf zu drehen und zu sagen, es gibt einen Vorrang für die Inländer, was ja gar nicht stimmt. Inländervorrang heisst, man muss zuerst schauen in der Schweiz, ob man jemanden findet, und nur wenn man niemanden findet, kann ein Ausländer angestellt werden. Und alles andere hat es weg, die Initiativen stehen, man muss ehrliche Kontingente machen, ehrliche Höchstzahlen und so weiter. Und das wird nicht gemacht. Man tut sie nicht nur vollständig, nicht umsetzen, da hat man immer das Problem bei der Initiative, wenn das Gesetz vollständig ist oder nicht, sondern man macht das Gegenteil. Und jetzt hat es Leute gegeben, die auch das Abstimmungsergebnis von 2014 akzeptiert, die haben eine Initiative gemacht, man soll das wieder aufheben. Die Demokratie ist bedenklich, aber das könnt ihr die machen. Aber es sind nicht ein paar Idealisten von aussen. Es sind zwar ein paar Idealisten von aussen, die hinstanden sind, sondern ein idealistischer Professor von St. Gallen, der als Sprachrohr war. Da haben Unterschriften gesammelt, Handelskammern, die gesammelt haben. Alle die, die Ergebnisse nicht einverstanden sind, sonst hätten sie gar keine Volksinitiative hergebracht. Aber sie haben es hergebracht und jetzt ist der Bundesrat der Meinung, diese Initiative müssen wir ablehnen. Weil er natürlich weiss, wenn man die vor das Volk bringt, stimmt das Volk nein und stimmt gerade noch mal für den Verfassungsartikel. Und das will die Presse verhindern. Und was macht er? Ein Gegenvorschlag. Ein Gegenvorschlag. Ein Gegenvorschlag macht man, wenn man den Initianten, denen, die alles abschaffen wollen, die alles rückgängig machen wollen, wieder entgegenkommt. Und dann sagt er, er wisse noch nicht, was er reinschreibe. Das ist natürlich, damit er ein Jahr mehr Zeit hat. Oder ein halbjahrs, glaube ich. Die Leute sind abgelaufen. Wenn man einen Gegenvorschlag macht, hat man ein Jahr mehr Zeit, um es zu behandeln. Und man sieht in der ganzen Sache, man will die Initiativen nicht durchsetzen, weil man der Europäischen Union den Vorrang gibt. Es kommt es aus. Und darum stellen sie auch ins Völkerrecht, das Bundesgericht, der hat es doch auch noch mitgemacht, das Völkerrecht über das Landesrecht. Wir sind der einzige Staat in Europa, der das macht. Deutschland zum Beispiel. Das ist die interessanteste Diskussion, die ich gesehen habe. Sie tun nicht einmal als zwingend Völkerrecht über die Verfassung stellen. Wenn man das verwirklichen will, muss es zuerst in die Verfassung aufgenommen werden. Und wir hatten auch eine gute Praxis mit dieser Frage. Man hat immer das Völkerrecht beachtet, aber man hat es nicht einfach darüber eingestellt. Das zwingend Völkerrecht stellen wir voran. Man kann also nicht eine Volksinitiative machen, die das zwingend Völkerrecht verletzt. Und das ist die ganz grosse Frage, die jetzt kommt. Welches Recht soll gelten? Es ausständisch oder schweizerisch? Und die Klasspolitik hier in Bern, die hat sich jetzt für das internationale Recht entschieden und geht unverfroren über den Volkswielden weg. Und das ist ganz gefährlich. Das Volk kann beschliessen, was sie wollen. Sie machen es nicht mehr. Und das sind gefährliche Zustände in einem Staat. Wenn das Schule macht, dann kommt die Ohnmacht in der Bevölkerung, Vertrauensverlust und das muss bei den nächsten Wahlen thematisiert werden. Also, sind wir gespannt. Interessantes Thema. Also, wie hätte der Bundesrat vorgehen sollen? Gar nichts machen, oder? Ja, die Ablehnung machen. Ablehnung. Wir haben die Artikel, weil er hat ja versprochen, sollten wir mal schauen, was Frau Sommaruga gesagt hat, am Abstimmungssonntag vom Februar 2014. Der Artikel wird durchgesetzt. Das ist ja selbstverständlich. Wir nehmen den Volkswillen ernst. Ja, können Sie denken, im Schwindeln, der Politiker sagt, wir müssen nicht lügen, aber es ist natürlich eine Glogan, ist ja klar, aber beim Schwindeln sind sie so stark. Und das alles ist zugedeckt, zugedeckt, wie es Träuch an den Leuten zusammengetaugen, um das Gegenteil zu machen von dem, was sie wollen. Also, sind wir gespannt. Die Debatte geht weiter. Das war Dele Blocher. Die Zeit ist ja schon zu Ende von dieser Sendung. Ich freue mich, dass Sie zugeschaut haben. Ich freue mich aber auch, wenn Sie die nächste Woche wieder dabei sind. Dele Blocher, die Station kennen Sie, die Akteuren auch. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Dele Blocher